Ja, ich muss es gestehen, ich habe die erste Staffel, zumindest die erste Staffel, der US-amerikanischen Serie Designated Survivor verschlungen. Es geht um den Hauptdarsteller Kiva Thutherland, der spielt Tom Kirkman, einen erstmal bedeutungslosen Minister, der sogenannter Designated Survivor ist, der dafür ausgewählt ist zu überleben und als dann plötzlich bei einem Anschlag quasi die gesamte Ministerregel inklusive dem US-amerikanischen Präsidenten verstirbt, ist er der neue Boss. Doch wie sieht das eigentlich in Deutschland aus? Was ist bei einem Angriff auf unsere Bundesregierung? Wer ist unser Designated Survivor? Wir klären es in diesem Video. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wilde Beuger & Solmecke. Und falls noch nicht geschehen, lasst gerne ein Abo für diesen Kanal da. So viel als Werbung muss sein, muss ich übrigens nicht als Werbung kennzeichnen, weil es natürlich Werbung für diesen Kanal ist. Aber das ist jetzt schon wieder ein anderes Thema. Heutiges Thema ist der Designated Survivor, quasi der letzte Überlebende, den es in den USA gibt. Denn in den Vereinigten Staaten gibt es im Kapitol in Washington jährlich den State of the Union Address. Das ist also eine Ansprache des Präsidenten. Und da besteht das Publikum aus einer ziemlich illustren Menge Menschen. Die Abgeordneten beider Häuser des Kongresses, sämtliche Richter sind da und der Supreme Court und alle Ministerinnen. Und man kann sich schon vorstellen, dass das relativ schwierig wird, wenn die alle sterben. Und insofern sind nicht alle Minister da, sondern ein Designated Survivor kommt nicht. Der hält sich an einem sicheren Ort auf und ist vielleicht schipselig. Ich meine, das war sogar so im Film. Irgendwas hat er da gemacht. Sie langweilen sich dann, haben nichts zu tun, wo alle anderen feiern. Aber das kann natürlich eine hilfreiche Sache sein. Haben sich die Amerikaner gedacht. Wenn es nämlich einen Anschlag gibt, gibt es immer noch einen verfassungsgemäßen Nachfolger, der dann die Amtsgeschäfte fortführt. Somit wird die präsidiale Nachfolge sichergestellt. Es gibt insgesamt sowieso Regelungen. In den USA, wenn nicht gerade alle sterben, sieht es so aus, dass der US-Präsident, falls er stirbt, dann der Vizepräsident übernimmt. Falls der auch stirbt, folgt der Sprecher des Repräsentantenhauses. Dann der Präsident pro temporäre des Senats und anschließend Minister in einer festgelegten Reihenfolge. Also bis man da als Designated Survivor mal dran ist, da müssen schon ehrlicherweise viele vorab sterben. Schaut man sich das Ganze in Deutschland an, sieht das etwas kürzer aus. Artikel 69 unseres Grundgesetzes regelt quasi unseren Designated Survivor. Da steht drin in Verbindung mit Artikel 8 der Geschäftsordnung der Bundesregierung, dass ein Bundesminister als Stellvertreter des Bundeskanzlers fungiert. Da gibt es also keine weiteren Nachrücker und nichts. Da steht einfach nur drin, ein Minister soll als Stellvertreter fungieren. Und klar ist, dass man hier von der Bundesregierung aus selber bestimmen kann, wer soll dieser Minister sein. Und wer das ist, das liegt im politischen Ermessen, aber normalerweise ist es der Vizekanzler. Also Olaf Scholz, unser Finanzminister, ist im Moment unser Designated Survivor, wenn Angela Merkel plötzlich versterben sollte. Nee, er ist natürlich nur derjenige, der die Amtsgeschäfte von Angela Merkel fortführen würde. In dem Moment, falls ihr was passieren würde. Und die Frage ist, wie wird man der, ja, der sozusagen, der, die Person, die den Kanzler vertritt, durch mündliche Erklärung im Zweifel. Also das da regelt, dass das Grundgesetz Artikel 69 jetzt nichts Spezielles. Das heißt, Angela Merkel könnte sagen, ich möchte, dass Olaf Scholz mich vertritt, dann wäre das schon so. Normalerweise gibt es aber ein Schreiben des Bundeskanzler, beziehungsweise jetzt der Bundeskanzlerin und dann wird das sozusagen festgelegt. Es gibt auch noch allgemeine Vertretungsregelungen, wenn die Bundeskanzlerin erkrankt ist. Das ist in acht Geschäftsordnungen der Bundesregierung entsprechend geregelt. Aber da steht nicht drin, dass die beiden nicht zum Beispiel an einem Ort sich aufhalten dürfen. Es ist ja oft so, dass die beiden zusammen an einem Ort sind und ja, dann könnte auch beiden was passieren. Jetzt haben wir aber nur diese einfache Nachfolge geregelt. Was passiert denn dann, wenn auch der Vizekanzler sterben sollte? Dann sagt man, dass man schaut, ob es besonders benannte Bundesminister gibt, die für die weitere Nachfolge benannt worden sind. Ist das nicht der Fall? Dann hat man weitere Kriterien, wer dann die Geschäftsordnung und den Vorsitz im Kabinett führen soll. Das ist in 22 der Geschäftsordnung der Bundesregierung geregelt, dass Kriterien wie ununterbrochene Amtszeit, also wer ist am längsten schon im Bundestag oder Lebensalter, darauf soll dann abgestellt werden. Es gibt also da keine weitere Vertreterregelung bei uns, so staatstragend wie in den USA wird das nicht gehandhabt. Oder man sieht eben nicht so sehr die Gefahr des Ausfalls sämtlicher Minister. Apropos, was wäre denn, wenn jetzt alle Minister ausfallen, weil wirklich zufällig mal alle in der Plenarsitzung da wären, was ja schon selten genug ist und es einfach keinen Stellvertreter gäbe, dann haben die natürlich noch Staatssekretäre und die könnten zumindest in Notfällen die Leitung übernehmen. Auch so können Staatssekretäre Minister vertreten, sodass wir schon Regelungen haben, die wir dann ziehen würden. Es gibt übrigens auch Sonderregelungen für den Verteidigungsfall. In Artikel 115a Grundgesetz wird gesagt, dass wir im Verteidigungsfall, also falls unsere Bundesrepublik angegriffen wird, von der Normal- zur Notstandsverfassung wechseln. Aber selbst im Verteidigungsfall haben wir keine besonderen Regelungen, die irgendwie für unseren Bundeskanzler oder unsere Bundeskanzlerin greifen würden. Regelungen gibt es übrigens auch für einen weiteren hohen Menschen im Staat, nämlich die Vertretung des Bundespräsidenten. Das ist in Artikel 57 unseres Grundgesetzes geregelt. Da sagt man, der Präsident des Bundesrates vertritt den Bundespräsidenten. Ja, da gibt es Regelungen für, falls er mal im Gefängnis sitzt, also falls er verhaftet worden ist, entführt worden ist und so weiter, dann kann der Präsident des Bundesrates einspringen. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ein Designated Survivor, wie in den USA, kann ich euch hier nicht präsentieren, aber ein bisschen mehr Wissen über unsere Demokratie. Falls euch das gefallen hat, lasst gerne ein Abo da. Wir sind auf dem Weg zu 500.000 Abonnenten. Ich konnte euch ein bisschen hoffentlich was näher bringen dazu, wie unsere Demokratie funktioniert. Falls euch solche Themen interessieren, schaut euch auch dieses Video noch an, das wir hier für euch parat haben. Und ansonsten, wenn ihr keinen Bock mehr habt auf Jura-Themen, sehen wir uns morgen schon wieder. Danke, dass ihr dabei wart. Tschüss und bis dahin.